Es gibt drei Arten Wunder. Vorgänge, die durch die Wissenschaft zu diesem Zeitpunkt nicht erklärbar sind, aber später. Vorgänge, die im metaphorischen Sinn gemeint sind, wie das Erwecken von den Toten durch Hasrit Jesu alayhi wa sallam. Solche Wunder, die weder heute noch später erklärbar sind durch Logik oder Wissenschaft, wie das mit der Milch, die Hasrit Huraira raziat ala anhu vom heiligen Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gegeben wurde. Ich habe zwei Fragen daraus. Die erste Frage ist, woher wissen wir, welche Art Wunder gemeint ist? Und die zweite Frage ist, wie können wir argumentieren bei Christen, wenn wir sagen, die Wunder von Hasrit Jesu alayhi wa sallam sind metaphorisch gemeint, denn sie widersprechen den von Gott geschaffenen Naturgesetzen, wenn wir gleichzeitig einräumen, dass so etwas möglich ist. Das ist eine Frage. nicht wissen, dass wir heute oder heute nicht wissen, dass wir nicht wissen, wie Herr Abouheirah, R.A.V.E.R. die Hände, die ihnen geöffnet haben. Okay. Jetzt fragen Sie, die erste Frage ist, dass wir wie wissen, dass es in den Klamen ist, oder in welchen Formen ist? Sie sehen, dass die Hände sind, dass die Hände sind, wenn die Hände sind, dann die Hände sind, wenn die Hände sind, wenn die Hände sind, wenn die Hände sind, dann und dann kann man sich die Menschen anwes. Herr Propheten der Kanteil des Schaubes waren sehr gut als erster. Die ganzen Menschen waren sehr gut. Das war das, es ist, dass die Menschen, die Menschen, die sich in die Kanteil des Schaubes haben, die die Kanteil des Schaubes waren, hat sich auf sie zu verabschieden. und er hat sich um alle zu verbringen, dann hat es sich alles zu verbringen. Das ist so, wie es gibt. Es gibt diese Gelegenheiten, das sind keine Verzüge, die wirkliche sind. Und die Kappen der Kappen, das ist die Schatten, das ist auch der Schmutzel. Das ist auch der Schmutzel. Der Schmutzel hat sich den Schmutzel. Er war er, der Schmutzel haben. Das war er. oder eine Art-State, sie war mit den Körnungen auf Grundfertigen. Von der Ferne Sera hat in den Ruhi ge Portet und die die Erlösung nicht gelegt wurde, war er in die Größe gebufe. Und dann hat er vorher die G wprowad. Die Gifflöte gebufe wurde von Herrn Schwern des Körnens. Das ist von einer Größe zwischen demSpannien hier. Ich habe gesagt, dass der Zuflöse der Zuflöse ist, dass der Zuflöse der Zuflöse ist. bei dir das da sind das und da und der die 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 Das heißt, es gibt diese Art von Wundern und man kann erkennen, welche Art von Wundern sie sind, eben daran, dass diese Wunder ja auch unter Zeugen stattfinden und unter vertrauenswürdigen Zeugen, wie zum Beispiel die Gefährten des heiligen Propheten, Friede und Segnungen Gottes seien auf ihm, ganz außerordentlich vertrauenswürdige Personen gewesen sind, deren Aussagen man dann auch Glauben schenkt, dass dies wirklich sich so zugetragen hat. Das ist ja in ganz früher Zeit passiert, aber zum Beispiel auch der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, er hat ein ähnliches Wunder, wurde ihm gewährt von Allah, nämlich war einmal sehr viel Besuch gekommen zu ihm und Reis war sehr wenig da. Und er hat über den Reis seine Hand gelegt und der Reis ist dadurch so viel geworden, also er war jedenfalls genüglich für all die Leute, die dort zu Besuch gekommen sind. Ein anderes Wunder dieser Art war zum Beispiel auch, was er so auch in der letzten Chutbah erwähnt hatte, dass der verheißene Messias in seinem Zimmer war und von jemandem, der Abdullah Sunuri sahab hieß, massiert wurde. Und der verheißene Messias hat in diesem Zustand eine Vision von Allah gehabt, dass Allah in der Form eines Beamten etwas unterschreiben wollte, ein Papier unterschreiben wollte und damals wurde ja mit Tinte und Feder geschrieben und das, was zu viel an der Feder war, wurde abgespritzt normalerweise, bevor man geschrieben hat, damit es nicht kleckst. Und das hat Allah in dieser Gestalt des Beamten auch so abgestupst, dass das eben weg ist und diese war rote Tinte und die Flecken dieser roten Tinte waren wieder zu finden auf der Kleidung des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm. Und man könnte natürlich nun auch denken, dass das eventuell auch Blut hätte sein können, manchmal ist es ja so, dass der aus dem Körper aus unerfindlichen Gründen irgendwie Blut austritt, aber diese roten Kleckse befanden sich auch auf der Mütze von Sunuri Sab, der ihn massiert hatte, was also eindeutig ist, dass das kein Blut sein konnte. Das ist wirklich eben aus dieser Vision, dieses Wunder, was gewährt wurde, Allah dem verheißenen Messias. Und Sunuri Sab hat den verheißenen Messias daraufhin gebeten, ob er diese Kleidung für sich behalten könnte, worauf der verheißene Messias, Friede sei auf ihm gesagt hat, dass das eine Gefahr ist, dass damit vielleicht Schild begangen werden könnte. Und er hat zur Bedingung gemacht, dass diese Kleidung, wenn er sie Sunuri Sab gibt, wenn Sunuri Sab stirbt, mit ihm begraben werden sollte. Und genau so wurde es dann auch gemacht. In diese Tücher, in diese Kleidung wurde Sunuri Sab bei seiner Beerdigung eingewickelt. Das sind also Wunder, die von Allah, den Menschen, seinen Propheten gewährt werden. Und auf die zweite Frage antwortet er so jetzt. Duesere Soweit. Duesere Soweit. Duesere Soweit. Ich habe gesagt, dass er sich die Menschen in der Bibelbüseite zu machen, dann hat er sich also die Pfingelbüseite zu verarbeitet. Dann gab es auch die Menschen in der Bibelbüseite zu machen. Wenn kein, dann hat er sich die Antwort gehalten. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, dass Herr das Messiasier hat ein Kall. Er hat gesagt, dass er sich in mir einen Rai-Berabber beherum sind. Ich habe die Möglichkeit, die ich mir zeigen, du kannst mir das. Sie können mir die Messiasen sagen, dass ihr euch auch ein Rai-Babber-Babber-Einemann habt. Sie können ja auch ein Rai-Babber-Einemann haben. Ich habe gesagt, gut, wenn wir in den nächsten Morgen kommen, die ich mit dem Rächt-Einigen kommen will, ich werde auch wieder. Und Sie können die Messiasen durch die Messiasen gehen. Wenn Sie sich auf der anderen Seite kommen, ... ich bin in die Zeit, ich werde in die Zeit, und ich will die Zeit, und ich schüttelte, wenn ich will, und ich bin in die Zeit, dann wird er nicht mehr dass sie sich nicht mehr ansehen. Das sind die die man kann, dass er falsch ist. Wie ich habe, wie ich habe, wenn man sich in die Zeit, dass er sich in die Zeit, weil sie den Naturgesetzen widersprechen, wir aber auf der gleichen Seite behaupten, dass Wunder geschehen können, die auch den Naturgesetzen widersprechen, was wir darauf dann den Christen als Antwort geben können. Erstens hat er so gesagt, ist es so, dass diese Wunder, wenn wir sie von zum Beispiel dem verheißenen Messias oder wenn wir sie vom heiligen Propheten, dann sind dort solche Zeugen anwesend, auf die nicht einmal der Hauch eines Zweifels ist, dass sie lügen könnten. Das sind also wirklich solche Persönlichkeiten auch, die nicht lügen würden. Zweitens hat er so gesagt, kann man solche Argumente sehr einfach geben und er hat ein Beispiel genannt, als das ja einmal in Zürich gewesen ist, zu einer Tablik-Veranstaltung und dort war auch eine Frau, die Fragen stellte, sie gehörte der siebten Adventisten an und die Frau stellte die Frage, dass ja Hasselat Massimaud beansprucht, dass er der Messias sei, also die Wiederkunft von Jesus und Jesus konnte ja auch zum Beispiel über Wasser laufen und wenn er denn wirklich die Wiederkunft Jesus wäre, dann müsste er ja auch über Wasser laufen können und wenn er das nicht kann, dann ist sein Anspruch falsch, dann ist er nicht die Wiederkunft Jesus. Daraufhin hat er so ihr geantwortet, dass es einen Ausspruch gibt von Hasselat Jesus, in dem er gesagt hat, dass jeder, der auch nur einen Senfkorn großen Glauben an ihn hat, die gleichen Wunder vollbringen kann, die er vollbracht hat. Und er hat die Frau dann gefragt, ob sie denn an Hasselat Jesus glaubte und sie sagte, ja natürlich, ich glaube an Hasselat Jesus. Und daraufhin hat er sie eingeladen, bitte kommen sie doch am nächsten Morgen um 10 Uhr, bei Zürich ist ein großer See und da können sie ja dann, wenn ihr Glauben ja größer ist oder wenigstens so groß ist wie ein Senfkorn, dann können sie ja über den See laufen, denn sie können ja das gleiche Wunder vollbringen wie Hasselat Jesus. Und wenn sie am anderen Ufer angekommen sind, dann werde ich alle Ahmedis bringen und wir werden alle bei ihnen ein Bett machen. Und in diesem Moment sagte die Frau natürlich zu, ja sie wird kommen, aber am nächsten Tag, als er so dann, er ist wirklich dort hingegangen um 10 Uhr zu dem See. Und sie haben bis 12 Uhr gewartet. Wer nicht kam, war diese Frau, um dieses Wunder zu verbringen. Also das sind solche Art Wunder, wie die Christen beanspruchen, an denen man eindeutig sehen kann schon, dass diese Wundern in dieser Weise nicht sich haben zutragen können. Afrika, meine Worte, ist, dass wir hier lehgete haben, die Sahi-Padri sind, dass die Menschen, 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 die änderung. Und dann Pharaoh zu Hause Sie sagten, dass sie das auch so gut machen können. Das sind die Fragen, die Propaganda. weggeworfen und sind aufgestanden und sind als sogenannte geheilte Leute umhergelaufen. Und von unserer Gemeinde, die Mubalik, die haben dann sich dazu eine Gegenaktion ausgedacht. Sie haben zu solchen Veranstaltungen nämlich dann Leute mitgebracht, die wirklich körperlich behindert waren, die wirklich lahm waren und nicht laufen konnten und haben gesagt, so jetzt macht das mal bei denen auch nochmal, heilt die mal auch. Und das hat natürlich nicht geklappt. Diese konnten natürlich nicht geheilt werden. Und haben sie dann gefragt, warum? Warum könnt ihr diese nicht teilen? Und auf diese Weise haben sie diese Art von Propaganda und diese Art von Tabligh dann beendet.